Ich habe eine Diskussion satt. Wenn ich mit einer Frau unterhalte, habe ich noch lange keinen Sex. Ich ertrag das nicht. Ich ertrag das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du wirst Schluss machen. Ja? Na, auf und ab nochmal ab. Verriss dich. Weißt du was? Du bist krank. Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, obedientische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gerne nackte Kanone gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich finde nackte Kanone jeglichen Teil super. Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Cool. Willst du meine Telefonnummer haben? Oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du nen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich habe meistens um fünf Schluss. Jedenfalls montags, mittwochs und freitags. Ich treffe mich dann auch von meinen Leuten im Café. Okay? Okay. Mach's gut. Ich sehe nicht. Ich habe dich wieder. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Wie wichtig und das kassiert ist? Ich sehe nicht. Vielen Dank.